Herzlich Willkommen. Das hier ist eine Multimedia-Art-Künstlerin. Sie hat an vielen Orten gearbeitet. Berlin-Oxford für ein Sideman 5000 bei einem Einvortrag. Herzlich Willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags 20 Oscillators in 20 Minutes auf dem 32. Kars Communication Kongress. Ein herzliches Willkommen für Dasha. Hat hier schon mal jemand Elektronik gebaut? Hat jemand von euch schon mal Elektronik vor so vielen Leuten gebaut? Ja, ihr seid besser nett zu mir. Applaus im Saal. Wir brauchen etwas Magie auf dem Bildschirm hier. Ah, mein wunderbarer Assistent hier. Assistent hält die Kamera auf die Elektronik. Der andere Assistent, den ich über Google finden musste, damit ich mich sicher fühle. Ich versuche jetzt hier etwas zu bauen. Eine Serie von... Ich brauche Hilfe. Wir wollen das in 20 Minuten hinzukriegen. Ich brauche etwas Hilfe. Wer kann mir helfen? Wer hat ein Telefon? Okay, Leute. Habt ihr ein Telefon, das einen Timer drauf hat? Eine Stoppuhr? Wo sind meine Studenten aus Kassel? Oh, ihr Leute habt jetzt eine Aufgabe. Das hier ist eure Hausaufgabe. Ihr müsst jetzt für 20 Minuten messen. Ihr müsst mal sagen, wenn es losgeht. Sagt mir, wenn es so weit ist. Seht ihr die ganzen Kapazitoren? Das sieht großartig aus. Diese Kondensatoren. Hier ist ein bisschen Strom. Bitte erinnert mich daran, auch die anderen mit Strom zu versorgen. Square Waves sind wirklich gut für eure Sprecher. Das ist nett zu euren Sprechern. Weil... Ah, es gibt auf jeden Fall Sound. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte. Okay. Das ist der erste Auxilator. Okay, Fritz. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. I'm still doing okay here. Mir geht es hier noch gut. Es wird etwas mehr Strom hier benötigt. Ich zitter etwas. Hat irgendjemand irgendwelche Witze auf Lager? Nee? Das ist ganz schön heiß hier. Das ist zu viel. Hat jemand irgendwelche Fragen an mich? Es wird wahrscheinlich etwas länger dauern als gedacht. Wir haben bisher Fragen, aber wir haben Übersetzungen. Großartig. You're welcome. Ja. Kein Geschehen. Oh man. Oh man. Okay, did I get all my batteries in here yet? Habe ich jetzt alle Batterien angeschlossen? Do you guys like the sound of your heart? Mögt ihr den Klang eures Herzens? Ja, ich mag das auch. Okay, that's kind of a promising sound. Das klingt wie ein vielversprechender Klang. Wer bastelt mit Elektronik, während er hier ist? Wir haben Spaß. Wir sind lustig hier drin. Dieser hier ist nicht, oder? Doch. Okay. Yes. Da passiert irgendwas extra, was gut klingt. Ich weiß nicht immer, was passiert, und ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Aber meistens passiert was, was gut ist. Haben wir irgendwelche Norweger hier? Mein erstes Festival war in Bergen, und es war auch ein Hacker-Festival. Habe ich schon gesagt, welchen Chip ich benutze? Habe ich schon gesagt, welchen Chip ich benutze? Das ist ein 5-5-5-5-Timer. Das ist ein 5-5-5-Timer. Den liebt jeder. Das ist der Klang von drei Oszillatoren. Und was macht die Zeit? Fritz? Habe ich euch schon erzählt, wie aufgeregt ich war, als ich erfahren habe, dass ich ein Headset bekomme? Ich habe mich gefühlt wie Madonna, aber... Ja, das war etwas bizarre. Ja, ich dachte, das würde so ein Madonna-artiges Teil oder so, aber das ist so ein komischer Headset hier. Habt ihr denn jetzt Fragen? Ich baue jetzt ein, äh, das hier. Sie zeigt ein Bild von dem, was sie baut. Was macht ihr? Das sind vier Leute, nicht schlecht. Danke, danke. Positives Feedback ist ziemlich nützlich. Der Grund, warum ich Squarebits brauche, warum ich Rechtecke mag, sind sie nicht so schön. Ich mag die Begrenzung davon. Ich brauche simple, direkte Sachen, die mir Begrenzung geben und ich muss dann mit Akustik arbeiten, damit das sich dann cool anhört. Oh, ja. Oh. Ah, ich hätte das hier reinschieben sollen. Ah, das ist total nett. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die damals schon zum Mikrofon kommen. Möchtet ihr mich über Widerstände befragen oder über Frequenzen? Wenn ich hier meine kleine Grafik sehe und eine ganze Reihe von Transistoren und die sorgen dafür, dass die... Und während ich mehr baue, desto schneller schwingen die. Und ich hoffe, das macht euch... Begeistert euch ein bisschen für meine Philo oder für meine Beliebigkeit. Kannst du ein paar LEDs dazufügen? Die Antwort ist ja, kann ich. Weil die Ausgabe ist sehr subtil. Also wenn einer von euch eine LED hinzufügen möchte, kann er einfach nach vorne kommen und das tun. Was ist das für ein Geräusch? Sorry? Was? Like this? Wait, I'll try to make some weird noise. Warte mal, ich versuche mal komische Geräusche zu machen, aber das ist bloß der Strom, der in den nächsten Chip geht. Ich teste immer mit dem Finger, ob das nicht zu heiß wird, weil sonst ist es ein Kurzschluss und das ist natürlich cool, aber ja, so kann man das überprüfen. Wenn es heiß wird, Kurzschluss. Ich habe bisher noch keine Verletzung dadurch bekommen. Ich habe nur mal so einen, als ich hatte mal einfach so einen Lötkolben gehabt und da ist was heiß auf meine Beine gefallen. Was sind Jackins? Jackins? Das sind Leute, die Jeans faken. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir hören was. Seid ihr schon gelangweilt? Bist du gelangweilt? Was? Nein. It's too boring. Oh, Fritz. 11 Minuten? 11 Minuten noch? Ich kenne mich damit nicht aus. Kannst du immer noch Fragen beantworten? Wie veränderst du das Ganze? Irgendwas in die Luft jagt? Tue ich nicht. Da sind ein paar Filterkappen. Ich hoffe, ihr Leute habt eine gute Versicherung. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Den die Luft ich in. Du musst mir machen. Ich mache jetzt ein bisschen das. Du gibst den Luft. Sie sind 2 Minuten. Ich geht dir. Dien. Wunsch. Das ist ein bisschen. Ich mache jetzt so einen Karten. Ich mache es ein bisschen. Mach es nicht. Sein der Luft. Dieser hier ist ziemlich kaputt. Ist irgendjemand aus Thüringen hier? Oder? Komm schon! Oh nein, ich vergesse hier Sachen auf Masse zu ziehen. Hey, habt ihr Lust, das morgen zusammen zu machen in einer Session? Okay. 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 Das klingt sehr toll. Und? Ja, ist das so? Ich weiß mit diesem Zeug immer nicht so recht, ob das Leute überzeugt. Gibt es jemanden, der irgendwie mit Ton arbeitet? Das ist der Sweet Spot. Und du in der Mitte da, das ist der Sweet Spot, wo man das am besten hört. Aber hier vorne hört es sich auch ziemlich gut an. Fritz? Fritz? Wie schaut's aus? Ich sollte niemals Fragen beantworten, während ich hier arbeite. Okay. 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 Fertig. Okay, komm. Okay. Nós achamos das Mal. So, wo das ist, wir gehen jetzt mal raus. Äh, der Mann. Okay, wir gehen jetzt mal raus. Okay, schon. Wir gehen jetzt mal raus. Wir gehen jetzt mal raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist es immer noch lustig? Nicht schlecht, oder? Mehr! Ist es laut genug? Ich kann euch nicht hören! Ist es laut genug? Begeisterte Zustimmung aus dem Saal! Sehr gut! Was ist los? Sorry, ich konnte dich nicht hören! Laut! Was ist laut? 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 Was ist laut genug? Was ist laut genug? Was ist laut genug? Das wird gerade ganz schön schwierig hier. Oh, scheiße. Die komischen Geräusche auf der Leitung kommen tatsächlich vorne von der Bühne aus ihrer Schaltung. Das gehört so. Wie viele Minuten? Nein, zwei noch. Okay. Ich kann nicht ungefähr 20, genau 20 machen. Also dann müsst ihr mich irgendwie anzählen und dann zählt ihr da runter und dann höre ich auf. Soll ich dir helfen? Ja, komm, hilf mir. Er hilft mir, das zu beenden. Okay, ja, gut. Ja, gut. Wie lang noch? 1,20? 1,28? Ich bin kein guter Assistent. Ich erzähle dir, wie das funktioniert, aber es kommt auch nicht so drauf an. Irgendwo zwischen 6 und 7. Eine Minute noch. 50 Sekunden noch. Okay, okay. Ja. Einfach da reinstecken irgendwo. 40 Sekunden noch. 40 Sekunden noch. Ich weiß, das ist gar nicht einfach. 30 Sekunden noch. Hier, da, pack das da rein. 20 Sekunden noch. 15. 15. 15. 15. Oh nein, nein. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. Sehr schöne Arbeit. Das war sein Favorit. Wie viele Minuten waren das? Ich habe schon Fragen. Wenn du Fragen beantworten möchtest, dann hast du noch Zeit, um deine Fragen zu beantworten. Okay. Der hier noch. Ich brauche den Typen hier noch. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Es ist geschafft. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die große Show. Danke zu meinem Voltmeter und zu allem. Ich denke, du möchtest es erst mal so belassen. Ich werde jetzt ein Bier trinken. Geh jetzt, trink ein Bier. Ich mache nur, ich stelle nur sicher, dass hier nichts passiert. Exzellent. Das war exzellente Kurplungsbeteiligung. Der nächste in 15 Minuten. Ich mache mich das noch kurz.